Hallihallo und wieder mal Grüße aus meinem Proberaum. Heute Wunschkonzert. Der erste Groove war eine Anfrage von einem guten Freund von mir, cooler Schlagzeuger, cooler Sänger, Gitarrist, einfach ein guter Musiker und ein guter Freund, Steff Porze. Der hat mir vor ein paar Jahren mal seine Solo-CD geschenkt und da ist ein Groove drauf und dann kam seine Frage, ob ich den auch spielen könnte. Ich habe ihn jetzt mal versucht. Ich hoffe, das klappt. Wir werden ihn gleich sehen. An dieser Stelle möchte ich natürlich auch nochmal am Steff sein Bassdrum-Dämpfsystem von SPO Drum Parts erwähnen. Ich werde euch da die passenden Videos noch verlinken. Wirklich ein Must-Have für jeden Schlagzeuger. Macht den Bassdrum-Sound und Klass und Besser ist für mich die sauberste und beste Lösung, wie man eine Bassdrum dämpfen kann. Wie gesagt, ich werde es euch verlinken und jetzt versuche ich mal seinen Groove zu spielen. Ich baue ihn mal so langsam auf. Ich fange mal an mit Bassdrum und der Snaredrum und irgendwann kommen die Toms dazu. Viel Spaß! – – Vielen Dank. Vielen Dank. So Steff, ich hoffe, ich war nicht ganz daneben. Wenn du wieder eine coole Groove-Idee, Anfrage hast, einfach gib mir Bescheid. Ich versuche es immer gern. Zweiter Wunsch des Tages kam von Fabian. Und zwar wollte er Rosanna von mir hören. Auch diesem Wunsch komme ich natürlich gern nach. Viel Spaß. So, lieber Fabian, ich hoffe, es war auch für dich cool. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr ja, Video teilen, Daumen nach oben, Glocke aktivieren, Kanal abonnieren und so weiter. Für Wünsche, Fragen, Anregungen, Kritik, schreibt es mir in die Kommentare. Und wir sehen uns morgen beim nächsten Video. Macht's gut. Ciao.